Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns in den letzten Tagen des Ramadans, also der Ramadan neigt sich so langsam dem Ende zu. Und um diese Zeit ist ja bei den meisten so das Backen angesagt, wie dies ja eigentlich auch. Und heute zeige ich euch ein super leckeres, ich würde jetzt nicht sagen Gebäck, wir sind eher Praline, würde ich jetzt mal sagen. Ein No-Bake-Rezept, super lecker, ganz einfach. Das Beste dabei ist, ihr braucht dafür ganz wenige Zutaten, die die meisten auch eigentlich immer so schön zu Hause haben. Und bevor ich jetzt einfach weitermache, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ich auf meinem Kanal noch viele, viele, viele weitere Gebäckrezepte anlässlich zum Laid auf meinem Kanal habe. Schaut doch einfach mal vorbei. Und da findet ihr also von traditionell schwer bis einfach alles, was das marokkanische Herz begehrt. Also ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und hier sind jetzt einmal die Zutaten. Wir benötigen dafür ganz normale Butterkekse, in dem Fall habe ich jetzt Vollkornbutterkekse genommen. Ihr könnt aber auch normale Butterkekse nehmen. Also ich finde Vollkornbutterkekse geben doch mal so einen anderen Geschmack. Hier habe ich Mandeln. Habe ich eigentlich gesagt, was das wird? Und bevor ich hier einfach mache, also ich glaube nicht, es werden Raffaello Pralinen, also Raffaello angehauchte Pralinen. Und ja, deswegen seht ihr auch so wenige Zutaten. Also Butterkekse, wie gesagt, hier habe ich Mandeln, wie es wieder typische Raffaello ist. So mit der Mandeln innen drin und Kokosnuss und die Kokosmandelcreme schlechthin. Das ist jetzt keine Werbung, nur mal so am Rande, das ist wirklich selbstbezahlt. Und das ist hier die Raffaello Creme schlechthin. Also das ist der Geschmack 1 zu 1 wie Raffaello. Und das ist hier diese Kokosmandelcreme, findet ihr eigentlich in jedem gut sortierten Supermarkt, würde ich sagen. Was ich als allererstes mache, ist, ich zerkleine erstmal die Butterkekse klein oder zermahle, die haben wir besser gesagt. Und zack, jetzt wird es einmal laut. Die Kekse sind jetzt zermahlen. Ich finde die Creme noch ein bisschen fest, deswegen gebe ich die jetzt einmal für ein paar Sekunden noch in die Mikrowelle. Jetzt gebe ich so circa zwei Esslöffel noch von der Kokosraspung hier zur Keksmasse hinzu. Das war's. Den Rest, den stelle ich jetzt einmal beiseite, denn der wird noch für später nochmal gebraucht. Dann kann ich die kleinen Pralinchen schön darin wälzen. Das sieht jetzt schon viel besser aus. Schön flüssig. So, jetzt gebe ich erstmal einen kleinen Teil hier hinzu. Nicht zu viel. Kann man ja immer später noch schön dosieren. Jetzt mixe ich alles oder vermenge alles schön mit den Händen, bis ich eine kompakte Masse bekomme. Seid ihr auch eigentlich so der Typ, alles so auf den letzten Drücker vorbereiten, dann gibt es so ein richtiges Backmarathon, das ist bei mir nämlich so. Ich mache immer alles erst zum Schluss, am besten noch zwei Tage Vollred oder seid ihr eher der Typ, seid ihr der Organisierte und plant schon alles schön im Voraus. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ich bin mal gespannt, wer mir so alles ähnelt. Bevor ich hier aber jetzt weiter mache, stelle ich die Keksmasse zunächst mal in den Kühlschrank, so für ca. 30 Minuten. Da kann sie schön erkalten und nochmal schön fest werden, lässt sie sich auch besser formen. Und ja, dann machen wir eigentlich im nächsten und letzten Schritt weiter. 30 Minuten später lässt sich die Keksmasse auch jetzt besser formen. Und zwar nehme ich mir dann so ca. 20 Gramm. Ihr kennt mich, ich wiege immer alles sehr gerne ab, damit auch alles schön gleichmäßig aussieht. So, jetzt wiege ich mal so ungefähr 17 Gramm. Ja, sagen wir mal 20 Gramm, nur eine schöne runde Zahl. 20 Gramm, form ich hier erstmal so eine Kugel. Und nun nehme ich hier eine Mandel, stecke die dann einfach so hier rein. So, das gibt jetzt nochmal diesen typischen Raffaello-Effekt. Sommer. So, form daraus eine Kugel. Schade, dass ich jetzt nicht essen darf, aber es riecht 1 zu 1 nach Raffaello, Leute. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. So, jetzt ist es so, Leute. Wälzt die, ich empfehle euch diesen Schritt, den ich jetzt hier nicht mache, aber das macht ihr bitte zu Hause, damit ihr, es wird auf jeden Fall besser werden. Ähm, ich werde die jetzt hier direkt in Kokos wälzen, aber ihr wälzt die vorher noch in weißer Kuvertüre. So, ich habe jetzt keine Kuvertüre da, deswegen geht jetzt bei mir dieser Schritt nicht, ist aber nicht schlimm. Ich werde es auf jeden Fall noch nachholen, so, dann habt ihr, weil das, ihr seht ihr das, ist so dunkel und dann, es ist nicht typisch Raffaello, wisst ihr was ich meine? Besser ist es, wenn man die in weißer Schokolade tränkt und dann im Anschluss könnt ihr mal so ein bisschen Kokosnuss drüber drizzeln. So, aber, oder wälzen, oder ihr könnt weiße Schokolade mit ein bisschen Kokosnuss vermengen, dann habt ihr so diese Kokosraspeln in der weißen Schokolade, das ist auch sehr gut. Ja, wisst ihr, also ihr macht das bitte, ich lasse das jetzt einfach so und ihr wälzt die Kügelchen noch oder tränkt die Kügelchen noch in weißer Schokolade. So, meine Lieben, das war es auch schon heute mit diesem kurzen Video und diesen leckeren Pralinen. Probiert sie unbedingt aus und vergisst aber die weiße Schokolade nicht. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer hier unten in der Infobox. Und ja, alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Mama. Ja.